Viele Kundinnen und Kunden von der BKB haben heute vor allem online oder telefonisch Kontakt zu uns. Gerade die jüngere Generation hat wahrscheinlich noch nie ein Beratungszimmer von Ihnen gesehen. Darum bieten wir eine erste Vorsorgeberatung auch telefonisch an. Im Kundenzentrum sind die Beraterinnen und Berater genauso kompetent wie die persönlichen Ansprechpartner in den Niederlassungen. Selbstverständlich, wenn jemand ein Bedürfnis hat, über seine Vorsorgesituation zu sprechen, kann man jederzeit während der Öffnungszeiten des Kundenzentrums anrufen und erste Informationen abrufen. Wenn es weiterführend ist, stellen wir gerne einen Termin mit der Niederlassung, also mit dem Kundenberater auf der Niederlassung entsprechend vereinbaren. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater im Kundenzentrum sind alles Bankfachleute und können entsprechend kompetente Auskunft geben. Wenn ein Kunde ein Scanner 3 Konten möchte eröffnen, genügt die Regulare Anrufe bei uns im Kundenzentrum und wir können für den Kunden entsprechend Spanner 3 Konten eröffnen, damit auch die Einzahlung sehr rasch erfolgen kann.